Beppi spielt ein Horrorspiel Lass einen Daumen und ein Abo da Und stell das Spiel auf German sagt er Wer ist denn er? Nein, ich mag nicht Was ist denn das für ein Schmarrn? Weihnachten ist schon lange vorbei Um Gottes Wille Was? Ein Elf? Ach so, ein Käse Du musst mein Spiel weiterspielen Das Einzige, was ich weiterspiele Das siehst du dann schon, was ich weiterspiele Dein Schmarrn spiele ich sicherlich nicht weiter Da ist ja alles voller Blut Bist du noch ganz sauber? Ich muss einen Stern nehmen Da kannst du lachen, gell? Da grünnt dich ein Sau Ein paar Stunden zuvor Es wird bald regnen Wir müssen nach Hause gehen Wo sind denn wir? Diema, 19 Uhr Wo ist denn das? Ich mag es gar nicht wissen Wo das saughaft ist Aber schaut euch das an Das schaut nicht sehr gut aus Taschenlampe Das ist ein Feuerzeug Ich muss nach Hause Ja, wo ist mein Zuhause? Das schaut ja aus wie in einem Wie sagt man? In einem Ghetto Ich glaube, dass es da wahrscheinlich schwierig wird Dass man eine gescheite Leberkässeimmel findet Oder ein gescheites Bier Ein halbes Bier kannst du dir wahrscheinlich Kannst du dir wahrscheinlich komplett vergessen Was sitzt denn da? Kann man die anzünden Die schauen nicht gut aus Wie parken denn die Leute hier? Warum ist denn da ein Wasser? Kommt denn da kein Klempner? Was steht denn hier alles komische In den Briefkästen drin? So Leute, ich weiß ja nicht Was das wie der Seil hier Was hat er mir denn da wieder für Detox Detox Was hat er mir denn da wieder Für einen Schmarrn ausgesucht? Was steht denn da eigentlich an der Wand? Leberkässemmel Oh, eine Katze Oh, die kann ich streicheln Warum habe ich keine Hände? Das ist aber süß Kann ich dich mitnehmen? Oh nein Leider nicht Das ist wohl die Überraschung Anja und Dima Ist das meine Meine Zimmertür? Was ist denn das immer für ein kreislicher Ladescreen? Papa schaltet den Strom in der Wohnung aus Warum macht er den Strom in der Wohnung aus? Ach so, hier mit meinem Feuerzeug Hallo? Wir haben hier drei Wochen gelebt Ja, ich will hier gerne Irgendwie mal rausgehen Oder so Kann ich hier nicht? Wie mache ich Türen auf? Öffne die Box mit dem Geschenk Wo ist die Box mit dem Geschenk? Was ist denn das für ein Geschenk? Ja, pfü Teufel Schaut es denn hier überhaupt aus? Also wie? Schlimmer wie in meinem Zimmer Ja, um Gottes Willen Was? Meine Mutter träumte immer davon Musik zu unterrichten Aber meine Großmutter Zwang sie Medizin zu studieren Papa kauft dir zum Geburtstag Ah ja, seid ihr selber schuld Macht doch was ihr wollt Wenn ihr immer auf andere hört Schau ich Ich mach gar nichts Der Detox füttert mich durch Schöner geht's ja gar nicht Ganzen Tag nix tun Was ist denn das für eine Puppe? Ich werde meinen Rucksack aussortieren Was ist denn das für ein Käse? Packe deinen Rucksack aus Das Internet funktioniert wieder nicht gut Da funktioniert gar nichts Überprüfe die Bücher auf dem Tisch Achso, da kann ich hinzoomen, oder? Ach da, schau mal Dima, ich bin so froh Dass wir beide an der gleichen Schule studieren Und nebeneinander wohnen Muss ich den ganzen Käse jetzt auch noch vorlesen? Das ist aber nix für mich Papa würde um diese Zeit das Haus verlassen haben Dann können wir reden Aha, meine Mutter hinter der ist Zettel am Kühlschrank Das Licht geht ständig aus Weil die Verkabelung defekt ist Ach schmarrn ist das Jetzt hockt der da Macht das Licht an Und schmeißt den da weg Was denn schon wieder für Aufgaben? Sieh dir die Liste der Aufgaben auf dem Kühlschrank an Ich mag den da wegschmeißen Morgen am 7. September ziehen wir um Dima muss zur Schule gehen Und Onkel Vitayas Auto hat kurz vor dem Umzug eine Panne Wir haben schon so viel Zeit aufgeschoben Jetzt müssen wir uns überlegen Wenn wir um Hilfe bitten Wisst's was? Eine saubere Maß Bier Und dann ist das alles vergessen So ein Krampf Das ist ja ein Käse hoch 3 Aufgabe von Papa Ach ich krieg Aufgaben Ich muss das Sofa aufräumen Das Geschirr abwaschen Das große Zimmer aufräumen Die Küche aufräumen Und den Müll rausbringen Richte das Sofa Und den Sessel im Wohnzimmer auf In der Reihenfolge Ist das ein Krampf Was spiele ich denn hier? Der Dieter hat gesagt Ich soll das Spiel einfach mal spielen Jetzt ist im Spiegel ein Loch drin Aber ich verstehe ja gar nicht Um was es hier geht Ich habe jetzt einfach nur alles Auf den Boden geworfen Was ist denn das für ein Schmarrn? Oh das ist interessant Habt ihr gesehen im Spiegelbild Ich glaube dass ich gleich Keine Lust mehr hab und ausmach So schaut's aus Ich will hier weg Als Papa entlassen wurde Mussten meine Eltern Unsere Wohnung verkaufen Um den Kredit zu bezahlen Jetzt leben wir hier In diesem Saukaff Aber ich habe doch nichts aufgeräumt Mir soll es doch wurscht sein Da ist so ein Krampf da Das Geschirr abspülen So ein Schmarrn 2009 Ja das war noch Zeiten Da gab es das Bier noch günstiger Wie heute Christi Was machst jetzt du da? Dein am liebsten Da den hier Einfach Wegschmeißen Daneben Und vom Balkon runterschmeißen Ich werde das Licht einschalten Ja wie mögst du das Licht einschalten? Wenn du nicht rauskommst Ich will vielleicht mal ne Zigarette rauchen Mit dem ganzen Schmarrn hier drin Es sieht mir so aus als wärs sowieso bald vorbei Geh und schalte das Licht im Flur an Achso dann muss ich das jetzt Glaube ich muss da lang gehen Hallo guten Tag Wer bist denn du? Ja pfü Teifel Ach du schaust aber nicht mehr gesund aus Ich glaube ich geh lieber Ach das schaut aber nicht mehr gut aus Leute Ja um Gottes willen Hörst du auf du blöde Kuh Ja sowas blödes da Jetzt mach das Licht an Jetzt reicht es mir Ich will hier raus So ein Krampf Ich spiel den Schmarrn nicht Trotzdem setzt du mich da hin An den Schmarrn da Ich mag aber nicht Ich sag's dir dann schon beim nächsten Mal So ein Depp Ein lustiges Spiel spielen gesagt Peppi spielt Horrorspiele Ein Schmarrn ist das Ein gräntiger Ein richtiger Sauschmarrn Kannst mich an meinem Zwölfingertaum einmal lecken Jetzt soll ich das Wohnzimmer aufräumen Ja Kreuzgrütze Bärnbaum wo ist denn das Wohnzimmer Ist das nicht das Wohnzimmer Nimm einen Besen Ja ist ja gut Warum schaut's denn da überhaupt so aus Ich mein da liegen ja auch Kabel am Boden Das ist doch ein Krampf Räum das Wohnzimmer auf Ja Das ging aber schnell Säubere die Küche Den wenn ich erwischt Der hier so einen Dreck veranstaltet Das ist ja furchtbar Tür da Den muss ich auch zumachen Das wäre super Wenn ich mich einmal im Kreis drehe Und dann ist das vorbei Nur noch den Müll rausbringen Ja das mache ich gerne Damit ich hier rauskomme Wo ist der Müll Da steht er Du kannst mich mal Ich gehe jetzt Da kannst du hier oben alleine drin bleiben Ja genau Wirf die weg Rein in den Sack Und jetzt raus Der braucht immer so ewig zum Türen öffnen Wo ist die Katze Ich weiß nicht ob ich das gut finden soll Wo ist denn die Katze Da draußen schaukelt irgendwas Ein Vogel ist da auch Wer will denn hier wohnen Kann ich auch auf den Spielplatz gehen Nein Da drüben geht es rein Oder Da ist ein Ein Durchgang Da oben steht irgendwer Ja pfü Teife Also ich gehe jetzt nicht mehr nach Hause Das Weißt du was Jetzt hocken die auf der anderen Seite Und der Fußball spielt Oh Ich kann Fußball spielen Weißt du was Ich komme jetzt hoch Dann versuchle ich dir den Arsch Ja kurze Fünferl Jetzt geh aber her Jetzt gehst du aber her Also was soll denn das Also jetzt glaube ich aber bald dass ich Ich glaube ich bin hier in einem ganz einen Einer misslichen Lage Mein Gott ich brauche ein Bier Ich brauche ein Bier Ja so ein grindiger Krampf So einer Wo soll ich denn da hingehen Hier ist ja alles zugenagelt Da sind Jesuskreuze am Boden Kann ich die nehmen Eigentlich gehört die ganze Bude angezündet Dann ist es gleich vorbei Oh schau mal da Spiel mit mir Na ich will aber nicht mit dir spielen Ich will nicht mehr Ich gehe jetzt Scheiß drauf Ich gehe nach Hause Ja Da schaut es doch auch nicht besser aus Da oben Das weiß selbst ich Dass das jetzt nicht gut ist Was wir hier machen Da gehe ich jetzt wieder rein In diesen Diesen Höllenschlund Jetzt ist diese Die blöde Zündige Krampenpuppen Wieder da Herin da So ein Schmarn Jetzt läutet das Telefon Ich bin leaving hier vor 3 weeks Jetzt ist es auf einmal Englisch Hallo Wohin bist du verschwunden Du bist vor 3 Stunden in dein Haus gegangen Mein Zimmer liegt zum Innenhof Ich habe dich Den Müll rausbringen sehen Ich bin daheim Ich bin zum Eingang Und unser Nachbar im ersten Stock Die Tür offen stehen Das war doch nicht der Nachbar Der da reingelaufen ist Das war eine verrückte alte Oma Die auf allen Vieren gekrabbelt ist Du Depp Sie ist letzten Winter gestorben Ja Mahlzeit Wo hast du die Zwergenpuppe gefunden Ich habe dir keine Zwergenpuppe geschenkt Aber du hast die Zeichnung Neben der Tür stehen lassen Das ist jemand Wer zum Teufel ist das Nein Was ist hier los Was hast du gesehen Ich glaube dass die jetzt weg ist Warum denn Warum denn Warum Was ist da Das ist ein komischer Weihnachtsbaum Jetzt mach die Tür auf Da Ein Code Ein Code Jetzt muss ich hier auch noch Muss ich jetzt hier auch noch Rätsel spielen So was Warte Wie viele Messer habe ich in drei Schubladen in der Küche versteckt Ja was weiß denn Ich weiß denn Wie viele Messer Eins Eins Zwei Was Zähle bis fünf Und geh dann nach links Eins Zwei Was Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Finde vier Weihnachtsspiel Weihnachtsbaumspielzeuge Wenn du durch die Luke gehst Ja Ja Aber ich verstehe nicht wie der Code ist Drei Fünf Vier Oder was Drei Fünf Vier Drei Sechs Fünf Vier Vielleicht Ist das der Code Drei Sechs Fünf Vier Ah so ein Schmarrn Was ist denn das jetzt hier für ein Jetzt hörst du aber mal auf Da wäre ich jetzt aber sauer da mit dem Käse Jetzt ist auf einmal keine Luke mehr da Letzt jedes Mal erschreckt sie mich Dass meine Nüppel schon wieder aufstehen da Jetzt lass mich in Ruhe da So ein Krampf So ein Ich will hier raus Aus diesem Schmarrn Kein Weihnachtsspielzeug Das ist doch Das ist doch die Höhe Ist das doch Ich mach jetzt da die Tür zu Nicht dass da irgendjemand auf die Idee kommt Dass er mich wieder erschrickt Da ist ja ein Auge Ja Pfei Teufel Und eine Zunge Also ich muss hier raus Also das ist ja Ich weiß nicht wer diesen Schmarrn gemacht hat Aber das ist ja wirklich Irgendwo bei Papa Hab ich eine Brechstange gesehen Finde eine Brechstange Das kann ich nicht lesen Irgendjemand läuft doch hier rum Jetzt wär ich aber noch bald So richtig narrisch wär jetzt dann Freunde Das ist ja Also Ich glaub Ich glaub da ich heut sowieso Mit dem falschen Fuß aufgestanden bin Haha Ich hab es weggenommen Haha Du bist der ganzer Lustiger Ein ganz ein lustiges Exemplar Von einem Riesigen Das ist ja also Jetzt hau ab da Ich mach jetzt da das weg Und dann wirst du dich gleich anschauen Wenn ich da mit dem Brecheisen Eine draufhau Er hat den Schmuck Für den Weihnachtsbaum versteckt Brauchst du einen Bolzenschneider Ich habe ihn im Schrank versteckt Vielleicht Vielleicht sollte ich Vielleicht sollte ich mal irgendwas nehmen Womit man dem kleinen Sauteufel mal so richtig rein Also jetzt aber gell Jetzt reicht's aber dann Hinten und vorn Gell Der Elefant da den Jetzt schneid das Ding da durch Ich will jetzt hier raus Tschüss Ich glaub ich spinn Ich glaub ich spinn Mach das da weg Jetzt pass auf Ach da passiert nix Warum muss ich jetzt das Wasser Ach so Eine Weihnachtskugel Und was mach ich jetzt Die Haar Hey Oma Also jetzt wird's aber vorn Dann wirklich höher Wie hinten Und hinten wird's höher Wie vorn Ich glaub ich spinn Was muss ich jetzt machen Finde vier Neujahrsspielzeuge Was ist denn ein Neujahrsspielzeug Ja und jetzt Wie viel hab ich denn Der größte Krampf Seit es seinen Krampf gibt Ein Neujahrsspielzeug Spielzeug auf dem Klo Jetzt wenn's nicht aufhörst Also das gibt's ja wohl nicht Was Errungen Ach ich kann's nicht lesen Da den Krampf den Was ist denn halt Der 29ste Äh irgendwas Ah das Ding da Oder was Ein Krampf Was Wer klopft jetzt schon wieder Ich muss hier noch Sachen suchen Ihr habt zu mir gesagt Ich soll was suchen Dann braucht der jetzt Nicht so rumklopfen da Wie viel hab ich denn jetzt Ich versteh bald gar nichts mehr Ich will jetzt hier raus Oh Oh da geht's jetzt raus Oh das ist aber toll Was ist denn das für ein Ort Spiel mit mir Ich will aber Kann ich den nicht Einheizen da irgendwie Verheizen Oder irgendwas machen Ich geh jetzt wieder Tschüss Auf Wiederschauen Ja es hilft dir nix Ich muss ja da hin Oder Oh man mir wird schon ganz anders Was war jetzt das Ja aber wie komm ich denn jetzt raus Wie komm ich denn jetzt hier raus Die auf Ich lauf doch schon die ganze Zeit Verdammt wie viel Uhr ist das Oh schau mal da läuft Da läuft Julfa Bin ich verdammt nochmal eingeschlafen Schaut so aus als wärst du eingeschlafen Das war kein schöner Traum Ich sag's dir nur Ich musste den ja spielen Bin ich du Ja kann ich jetzt aufstehen Diese Wohnung treibt mich in den Wahnsinn Ja Mich auch Stimmt die Puppe sitzt immer noch da Mein Gott jetzt schmeißt es drum doch einfach weg Daumen Abo da Lass ich dir so ein Also ich mag jetzt wieder mit dem Schmalen da Ach blass mir doch alle einen Schuh auf